Die Adventszeit aus der Zentralschweiz, präsentiert vom Mietenzenterschweiz. Erlebnis einkaufen. Es ist ein grosser Tag für die jungen Tänzerinnen der Ballettschule Schweiz. Im Mietenzenterschweiz haben sie einen grossen Auftritt. Logisch, man ist immer etwas nervös, weil man immer so Angst hat, was man für Fehler macht. Aber es ist auch irgendwie schön, vor allem im Zentrum zur Weihnachtszeit. Für Besucher von Mietenzenterschweiz tanzen die Kinder unter anderem Stücke aus der Oper Karmen und aus dem Nussknacker. Was so elegant aussieht, ist harte Arbeit. Das weiss vor allem die Tanzlehrerin der Ballettschule Schweiz. Die Stücke sind schwieriger, weil Karmen ist ein sehr lebendiges Stück. Sie sind sehr anspruchsvoll für die Mädchen. Man braucht sehr viel Disziplin, Konzentration, Musikalität und vor allem auch das klassisches Ballett. Nach dem ersten Auftritt ist der Richterling bei den Tänzerinnen gross. Es gab sicher zwei, drei Dinge, die man besser machen konnte, aber im Grossen und ganz okay. Der Lampenfieber war natürlich da, aber es hat sich in Grenzen gehalten im Vergleich zum letzten Jahr. Auch das Publikum hat Freude am Auftritt der Tänzerinnen. Es war einfach wunderschön, wenn sie getanzt haben. Da geht einfach das Mamiherz auf, wenn man sieht, wenn die Kinder so Freude haben und mit Engagement dabei sind. Da geht einfach. Untertitelung des ZDF, 2020